Als Experte in der Entwicklung innovativer Produkte und Lösungen für nachhaltigen Straßenbau ist Dynapack der Leistung seiner Kunden verpflichtet. Die neuen Dynapack Tandem Asphaltwalzen wurden mit stetem Blick auf Effizienz und Bedienerkomfort entwickelt. Die Walzen verbrauchen im Vergleich zu ihren Vorgängermodellen weniger Kraftstoff und tragen damit wesentlich zur Kostenreduzierung und Erhaltung unserer Umwelt bei. Mit dem innovativen Kompaktasphaltverfahren werden zwei Asphaltschichten gleichzeitig eingebaut. Das halbiert nicht nur die Bauzeit und somit Stauzeiten, sondern erhöht die Belastbarkeit unserer Verkehrswege um ein Vielfaches. Mit neuen Dynapack Gummiradwalzen erhalten Sie das Beste, wenn es um Leistung und Zuverlässigkeit geht. Die CP-Walzen werden von Motoren angetrieben, die die neuesten Abgasvorschriften erfüllen und somit nicht nur mit reduzierten Abgaswerten, sondern auch mit wesentlich geringeren Lernwerten glänzen. Profiköche haben längst die Vorteile des Gaskochens erkannt, weil Gas eine große Zeitersparnis durch kürzere Aufheizzeiten gewährleistet. Auch bei der Beheizung von Bohlen an Straßenfertigern stellt Gas eine schnelle, effiziente und sehr umweltfreundliche Alternative dar. Die Dynapack Baureihe Kompakter Kaltfräsen setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Leistungsfähigkeit, niedrige Geräuschwerte und Wartungsfreundlichkeit. Straßenbau mit Dynapack – der nachhaltige Weg.